Hallo und Willkommen bei Tiny Tommy! Heute möchte ich euch mal die T-Bits vorstellen. Macht sehr viel Spaß. Ich habe einmal dieses Set gekauft und dieses Set braucht zwei Roboter. Es gibt insgesamt noch ein paar mehr, aber für den Einstieg reicht das erstmal. Okay, dann fangen wir mal an. Und so sieht das fertig aufgebaut aus. Dann können wir jetzt loslegen. So, dann wollen wir mal starten. So, dann können wir mal starten. So, dann können wir mal starten. So, dann können wir jetzt noch zu hot und Puis in die Ferne begren�. So, dann können wir eben auch Alonso weiterentwickeln. Wir spielen, es geht nicht. Wir spielen, es geht nicht, wir können. Komm herr! Komm herr! Komm herr! Musik So, und das war's auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Tiny Timmy. Und jetzt folgt nochmal ein kleines Fußballspiel. Los! Musik Eww! Los hat die Bonnen! Eww!